Moin, mein Name ist Rainer Borkenhagen. Ich bin hier auf dem Hafenschlepper Fairplay 8, einer der Maschinisten. Unsere Dieselmotoren haben ein Problem. Der große Motor und seine zwei kleinen Brüder wünschen sich mehr Betreuer. Nicht für Streicheleinheiten, sondern für fachkundige Wartung, kleinen Reparaturen und natürlich für den Fahrbetrieb mit unseren Gästen auf der Elbe und durch die verschiedenen Hafenteile. Wir suchen Maschinisten, Schrauber und technikbegeisterte Mitmacher, die wir in unseren interessanten Schiffsbetrieb einführen, zum Mitfahren und mit der engagierten Crew Spaß haben. Kickt Moin in! Wir freuen uns auf Euch!